Ich hab's! Schach? Nein! Ich weiß wieso Frau Rosenbaum keinen Geburtstag feiert. Und zwar? Weil ihr alle Leute immer abgesackt haben. Wie bei dem Mann in der Geschichte. Wär möglich. Ich hab eine Idee. Wir machen eine Überraschungsparty für Frau Rosenbaum. Super Idee! Und da sprengen wir dann eine Riesentorte in die Luft. Da hat sich das mit dem Kinderheim auch geklärt. Sehr witzig. Nein im Ernst, die wird sich super freuen. Und wen willst du da einladen? Alle möglichen Leute halt. Von den Hecken und Zäunen. Die wollen sicher mitfeiern. Wie in der Geschichte. Aber wir können doch nicht einfach bei ihr auftauchen und sagen, Hurra! Party Party! Jetzt wird gefeiert. Stimmt. Das geht nicht. Dann feiern wir einfach hier. Hier? Ja! Eine Überraschungsparty im Garten. Und du glaubst, die kommt einfach so. Wahrscheinlich nicht. Außer vielleicht. Papa schreibt dir eine harmlose Einladung zum Kaffee. Mhm. Das geht nicht nur ganz proxim.